Mach Ansage Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Brawlhalla Wir haben das Game schon angefangen, weil ich dachte ich nehme auf, aber ich habe die nicht angefangen genommen, wie letztens eben Und wer sich gerade die Playlist gönnt, die Bombe eben, die geht mir noch recht herzlich fett auf den Sack So, und jetzt gewinne ich Die geht hier wahrscheinlich recht herzlich ziemlich fett auf den Sack, oder? Ja genau Digga, und jetzt gewinne ich, ganz einfach Nein, ich wusste, dass dieses trifft Es gibt das Gefühl, wenn man so eine Special-Attacke trifft Ja! Ja, es ist echt so'n So'n Lust drauf Ja! Na, was? Was? Oh mein Gott, das war richtig gut getimt Ich hab, du hast Ali das Dank gehabt bekommen Trotzdem Ali gewinnt Oder wer ist Ali? Oh genau, Ali 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 ist die rote Frau Die rote ist sie nicht schwarz? Ja, aber die hat rote Führmann Für mich gibt es nur einen Monat Oh! Alter, schön gebucht Für mich ist das auch, weil schwarz ist für mich was anderes Ja! Uh! Scheißhuren Ja, Ali sitzt eh auch da Wie er daneben gesprungen ist Alter, ich bin der erste Nee, ich hab keinen Sprung mehr gehabt Siehst, sieht ihr, Alter? Ich gewinn! Momentan Ich hab' mir gesagt, das ist gut Ich hab' mir gesagt, das ist gut Ich hab' Robi Kein Problem Wie lang die sind wichser, Alter? Das wichser, Alter? Gerne Danach wird sich gerettet Ich will nix sagen, aber Robi ist der einigste ohne Sieg, ne? Äh, warum? Ali hat auch noch nicht gesiegt Doch, Ali doch Ja, du hast da noch nicht gesiegt Ich hab' gewonnen Wir haben drei Matches erst gemacht Zwei hat der Russe gewonnen Und einer hat jetzt Ali gewonnen Äh, haben sie vier Wir haben zwei Kein Gegenteil Oh, das kann nicht sein, Leute Ja, aber das ist auch nur, weil ihr die ganze Zeit schon abgesprochen habt Oh! Nee, 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 nee Sonst hätte ich gewonnen Wir haben abgesprochen, dass wir mich ficken Wir haben abgesprochen, dass wir Phil ficken Und dann haben wir abgesprochen, dass wir dich ficken Nene Nene Haben wir euch nicht Ihr habt einfach nur abgesprochen, dass ihr mich fickt Tja, ja Tja, tja, tja Tjas Nee, der hat ganz schlecht gespielt Ja, der musste einfach raus Oh, der war schön von mir Oh man, Ali geht immer auf mich Ich hab zwei Leben würde ich mal behaupten Oh mein Gott Ali, es tut mir fast schon leid. Oh mein Gott, war das Pech Ali. Nein, ich schaff's nicht. Oh mein Gott. Scheiße. Alter, das war das so grad. Ja okay, eigentlich war das ziemlich fair. Ali, Alter. Alter, ich fall schon wieder fast runter. Oh mein Gott. Perfekt. Perfekt. Hat aber zu viel Leben. Ja, die weg, Springer, Alter. Die Faust tot ist totes. Oh. Ich find das so geil. Wenn einer einen Angriff machen will, du gibst dir einfach irgendwas in die Förster. So, straight. So nice, Alter. Oh. Und dann kommt wieder, dann kommt wieder der eine Wurf in die Fresse. So nice. Oh. Jawoll. Ey, niemand hat sich grad um Ali gekümmert. Ali hat einfach die ganze Zeit jetzt spielen können. Ach du. Oh. Da ist er. Oh. Oh mein Gott. Jetzt muss ich die Philipp machen. Oh. Da ist er nicht mehr. Oh. 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 er muss ich meinen mein tier aus wieder herausholen der scheiß wichser aber der ist halt echt stark mit max schaden der macht also sag ich doch der ist richtig stark mit der fetten da jeder hat seine eigenen vorteile da gehst du welche und was ich habe eine große fenster und die wende und die markt gerne dann steht ihr habt ihr so viele verteidigung das kann sein ja aber du hast dafür so viel angriff das ist du hast auch viel verteidigung und angriff wir sind so schneller ja das ist nicht mal so krass meins absolut die rupie alle f*** dich doch jetzt mal alle ja hast du dir wohl gedacht seien ehrlich mhm oh f*** war das close mhm hast du dir immer so gedacht ha philip ja schön er schmeißt die auf mich alter ich dodge so und er ich hab die nicht dodgen können ich bin ja grad von der list gekommen oh mann Ali der war oh der hat voll der hat kassiert ich f*** Ali philip f*** mich der hat echt kassiert genau mich f*** keiner habt ihr recht oh schade Wär zu schön gewesen um wahr zu fallen oh shit die sind dort schon mal weggef***t oja oh mein gott Boah, du Fichse. Oh mein Gott, ich hab's f... Oh mein Gott, Alter! Robi, dein Kill war mir so wichtig, ich wär fast selbst nicht mehr hochgekommen. Ich weiß. Oh mein Gott, hab ich das grad so überlebt mit der Bombe. Ja, ich hab grad mega gefehlt, Mann. Oh, das kriegst du nicht mehr. Nein! Alter, war's close. Aber Philipp ist am wichtigsten, jetzt Schaden zu machen. Oh, schade. Wer will die Bombe? Ach, ich bekomm' sie. Und? Nein! Oh! Schade. Ali will sich schon raushalten die ganze Zeit. Guck mein Leben an, Mann! Ja und, das heißt nicht, dass du dich raushalten darfst. Ja! Oh! Oh, schade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich war... Alter, Ali, das ist dein Ernst, Mann. Philipp hat das gelbes Leben. LOL! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab' mich echt selbst gebumst, Alter. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Das ist stressig grad. Das ist stressig grad. Verpeet nicht mit der Bombe! Oh! Die explodiert nicht. Oh shit. Oh mein Gott. Oh nein. Oh! Weg da, Alter. Oh ja, jetzt hab' ich wieder meine Ernst. Dann hast du's ja nicht mehr. Ich gewinn' eh wieder. Schicksal will das so. Komm damit, komm damit klar. Oh shit, Alter. Das tut echt weh. Ich glaub, du solltest nicht immer deinem Wasser wegwerfen, Philipp. Ich glaub, du solltest nicht immer deinem Wasser wegwerfen, Philipp. Oh, das ist echt grad mies, ne? Shit, Alter. Das ist grad schon wieder so'n... Oh! Ich entdeckte den starken Schlag, der landet hat gewonnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war der Snipe des Jahrtausends. Das war nice gemacht. Das war der Snipe des Jahrtausends. Alter, scheiß war der Klaus. Ja, ich bin vielleicht letzter, muss man sagen. Oh fuck, Alter. Ich dachte echt, ich dachte echt... Keiner hat was getroffen, weißt du so. Keiner hat irgendwas getroffen. Doch, wir haben schon getroffen. Wir haben alle so, sehr vorsichtig, aber trotzdem taktisch gespielt. Shit, Alter. Bisschen abwechslung. Oh fuck. Och man, Philipp. Geh mal die Adi, Alter. Ah, sogar mit vierten jetzt. Geil. Let's go. Ah ja, er muss erst rauswählen. Das ist Petro. Oh Gott. Oh nö. Hauptsache, all das du geht's gut. Nein, nicht das. Ich mein' Pedro mit. Ach egal. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich glaube, wir wissen das alles. Der Pedro alle. Ich weiß bestimmt noch die Zuschauer. Der Pedro Pedro. Ach, come on. Ich schnauze. Es war ein Spaß. Alle, die Petros heißen, ist ja cool. Na, alle, die Philipp heißen, tut mir leid. Ja. Ihr habt alle ne große Nase. Ja. Ja, perfekt. Aus aller Seite verbunden mit dem Namen von diesen allen Typen. Ja. Gott, wer fliegt denn da runter? Nein! Ich riskier das immer so krass. Wer ist denn da unten die ganze Zeit? Mach da so ein paar. Der Pedro! Oh, der war schön da drin. Geh mal weg mit dem Namen, Alter. Oh mein Gott, ich hab' nicht aufgepasst, jetzt bin ich runtergefallen. Haha. Entschuldigung. Und der Pedro! Oh, alles noch. Alles noch. Alle hat noch drei Leben, Alter. Ja, du doch auch. Aber alle drei Leben. Und mir ist ja eh, ich bin ja eh irrelevant. Der Bogen ist echt nice. Okay. No, what the fuck? Ich geh voll auf Ali die ganze Zeit jetzt so. Ja, ich geh ganz Zeit auf Philipp. Und fick ihn auch richtig einfach. Und jetzt hab ich Ali auch gefickt. Nein! Ali hab ich gefickt. Ah, Robby! Philipp wäre jetzt gestorben, hättest du nichts gemacht. Ich hab Philipp gefickt. Oh, fuck. Wenigstens hast du den Philipp auch gefickt. Ohne Schein. Hättest du mich grad nicht angegriffen, wär Philipp gestorben. Blödsinn. Alles gedotscht. Oh ja. Er hat die Bombe nicht bekommen. Er hat die Bombe nicht bekommen. Er bekommt sie nicht. Jawoll. Kleiner Uhr. Oh, er bekommt sie in die Pfle. Keiner Wichser. Er bekommt sie noch aufs Maul, Alter. Er hat... Oh, fuck. Oh, lol. Lol. Ich bin... Jawoll. Ich fülle bis in die Bombe. Was war noch in die... Oh, lol. Was ist das denn? Wer ist da rein jetzt? Der Pedro. Oh mein Gott. Ich werd durchgereicht schon wieder. Es ist halt einfach immer Real Talk. Ey, ey. Philipp hat doch zwei Leben. Ja, du auch. Nein. Der Pedro muss erst mal... Der Pedro muss erst mal weg hier, Alter. Wichtiger. Wichtiger Mitchell. Wichtig, wichtig ist das. Also, irgendjemand hab ich jetzt gefickt. Ich weiß nicht wem. Irgendjemand noch. Jetzt ist nur noch Philipp dran. Ich bin nicht so ein leichtes. Du Philipp, du bist genauso leicht wie jeder andere für mich. Ja. Ja, dieses fette Ding, Alter. Ali. Der Pedro chillt seine Base, Alter. Geht gar nicht klar. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Mit dem großen Schlingel... Wir gehen jetzt erst mal auf Philipp. Wir gehen erst mal auf Philipp. Weil er, äh... Ja, geht doch weg, Alter. Geht doch weg, Alter. Geht doch weg, Alter. Aber weißes Leben hat. Ich würde sagen, die Eiserne... Das ist ne richtige Jahr. Was ist das denn, Alter? Ja, pisst euch doch. Ja, darfst du random machen mit, ey? Darfst du random machen mit, ey? Darfst du random macht echt mit. Oh, fuck. F, lass uns einigen. Wir gehen auf Philipp. Oh mein Gott. Dein Ernst? Ah, nee. Ali ist gar nicht gestorben. Gut. Nee. Ich hab den anderen gefickst. Er ist disconnect, Digger. Direkt. In der Zeit. Natürlich. Ich hab ihn gefickt. Apistet euch jetzt, Mann, Alter. Ali ist es dein Ernst? Hey! Ich hatte die Fake halt schon gemacht, wir müssen runtergekommen. Ah! Jawoll. Wird aber jetzt schon gut passiert. Abwechseln wieder. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, war das close. Boah, Philipp zu fake ist echt schwer. Oh, ich hab ihn noch wirklich gut. Oh, fuck. Ich bin fast down. Oh! Ich wollte gerade den Schlag... Oh, fuck Robby! Oh, fuck. Ja, was heißt der fuck, Robby? Oh, fuck! Er gibt ihn einfach... Ist dein Ernst? Er gibt ihn einfach... Er gibt ihn einfach... Er gibt ihn einfach... Er gibt ihn einfach... Oh, ich bin down. Oh! Oh! Alter! Perfekt, Alter! Perfekt! Das war Perfektion! Alter, gib dir meinen Schaden, Alter! Ich hab einiges, Alter! Oh! 629, Alter! Ja, das... Das war die Perfektion, ey! Das war's, oder? Nee, nee. Noch ein gegen. Tau auf die Uhr! 17 Minuten haben wir! Geht noch! Ja, dann... Einer geht noch rein! Einer geht noch rein! Einer geht noch rein! Einer geht noch rein! Dann ne, warte! Noch rein! Hehehehe! Ich will wieder die Map... Ah, nicht die gleiche, sondern wieder die... 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 Ich nehm... Fuck! Philipp, du hast schon wieder die gewählt! Die kommt immer ran! Hä? Ich hab' ich nicht... Ich hab' nichts gewählt! Dann hat Philipp das... Äh, Ali wieder gewählt! Ich hab' random genommen! Ja, dann war Philipp das! Ich hab' nichts gewählt! Ich wollte! Bin ich... Ich bin da oben! Aber die Map finde ich echt geil! Oh mein Gott! Alters! Woher ist eigentlich wer? Ich bin der... Blaue! Du bist der Schwarze! Ne! Ich find's beiden... T antioxidant! Ich hab' grad Philipp gefickt! Oder? Du bist der mit dem... Hatten mit dem großen Düdel, oder? Ja! Hehehe! Ich bin der da unten is! Uh, Robbie is bei mir! Ey, ich hab' Philipp schon wieder gefickt! Alter! Ich komm' grad grad voll auf'n Sack, weißt du! halt ich komme nicht hier auf den sack es muss echt aufpassen oh es klaus oh mein gott hat rausgeflogen Ich auch! Ja alter! Schön gemacht! Kevin ist auch noch da! Kevin kommt auch noch mal wieder! Alter! Oh Ali! Wie stumpf das Klang einfach so! Ja stumpf ist Trump alter! Jetzt hab ich Ali schön gefickt! Nein! Ali der war ungeil! Von dir! Er kriegt den Blub noch einen auf die Schnauze! Da ist Ali! Weg vom Fenster! Hä? Ich hab jetzt schon wieder voll kassiert alter! Spielst du dann noch was anderes oder gehts drücken? Äh wir spielen dann noch vor Honda! Ja das schau mir nützt! Ich spiel Leech! Stimmt ne Runde vor Honda müssen wir auch noch! Äh heh heh! Ali ich bin rein! Oh shit! Hey Robi! Der hat noch Philipp! Der ist rot! Alter ich fick Ali! Ich Philipp gerade eh bis zum Limit! Der Champ ist überall low! Mach den los! Du kannst ihn einfach nicht! Das ist alles! Ich glaub hier sind die Champs eigentlich relativ! Ja! So viele Champs gibt es nicht! Deswegen sind die eigentlich ziemlich relativ! Ja doch doch! Es gibt einige! Ja aber ich mein! Das ist gar nicht wirklich so! Womit man am besten klar kann! Das ist gar nicht wirklich so! Womit man am besten klar kann! Ah! 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 Eine Sekunde zu früh! Gott ich treff grad nichts! Und Ali fickt mich grad voll in den Arsch! Und fast mit der Bomba auch schon wieder! Ah! Das mit dem Retten hab ich hier noch nicht so drauf! Da war ich in Super Smash! Doppelsprung! Äh! Shift! Und dann! Rechtsklick nochmal! Ach! Shift bringt mir auch was! Hä? Shift bringt mir auch was! Shift ja! Was war das denn für ein Mikrofehler grad? widecht! Philip Back gedacht ich geh oben rum, die ging nach der es hat auf mich gewartet! Treisse! 超band answer! Los! Warum funktioniert Shift bei mir nicht? Fick mal den... Ja, er fährt ein bisschen auf Robby. Ja. Ich weiche euch nur die ganze Zeit aus. Ich muss auf, ich komm jetzt die Bombe, oder? Oh mein Gott. Die hätte gekracht, ohne Scheiß. Yo, alle zwei gegen eine ist schon schwer. Perfekt, Alter. Ali ist schon wieder fast weg, Alter. Du bist so dumm, du hast ihm richtig in die Karten gespielt. Mir ist so egal. Danke. Oh shit, Alter. Danke. Oh shit, Alter. Ich stille einfach, weil jeder so angespannt ist, Digga. Scheiße. Es ist aber echt zu alt, es ist echt... ... 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 rein. Aus rein, bis zum nächsten Mal. Jo.